Jo Leute, jetzt kommt es zu einem langen neuen Video. Wir sind gerade mitten in der Vorproduktion, weil ich nicht zu Hause bin, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, wir haben heute einen kleinen Special-Gast dabei, kann sich das mal selber vorstellen. Juuu, ich bin auch wieder dabei nach langem, aber hatte mal wieder Bock. Nein. Ja, alles klar. Ich habe meinen Bruder dabei, wir zocken halt wieder ein bisschen Lego Star Wars, wenn wir uns dachten, jo Brian, hau rein und warum nicht? Ich bin gespannt. Man kennt das natürlich alles, wir dachten das Lego Star Wars, aber es ist eigentlich so ein Klassiker, der nie alt wird. Und warum nicht? So, gucken wir mal. Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Junge Legende. Wie heißt der Roboter? Hab ich mir nie gemerkt. Für mich war das immer der silberne C-3PO. Den habe ich auch so genannt. Wird bestimmt gleich am gut sein. Ciao. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber trotzdem. Hab ich mir nie irgendwie gemerkt. Piloten kaputt gemacht. Ja, Schweinerei. Ich bin Freugan. Wenn du in der Welt bist. Ja. Ja. Ja, Biu. Mein Geld. Oh Mann. Wenn du auch mal gespielt habe, dieses Game. Komm her, sag du mal. Mein Geld. Seit der letzten Aufnahme, sage ich nicht mehr. Ich ist halt schon ein bisschen her. Ey, zusammenbauen. die Gelsheit Stimmt, hier konnte ich auch mit dem Lederstück Kann man hier Lederstück haben? Ja, in dem, äh, Star Wars Closed, Dings, Closed Jan the Clo, das ist auch fast aus, weil es angeht, ein absolut weiterentwickeltes Spiel Ja gut Muss ich erstmal nicht dauer und ich bin nicht mit Tastatur, er spielt mit Controller, das Städtchen das war aus dem Diener wechselt er das ist die 14 und der Silber der Zierer was ist das Ich muss jetzt erstmal das Sequel machen. Hauptsache, er schleicht so langsam mit der. Ja, da kommst du nicht viel wein. Hast du schon aufgemacht hier? Ja! Aber scheiße finde ich, dass man hier noch keinen getrennten Bildschirm hat. Das finde ich ja bei vielen neuen Lego-Spielen eigentlich richtig nice. Ja. Aber so kann man eigentlich alles machen. Achso, muss ich aufmachen. Hier, das Ding da. Mach mal hier! Obi-Wan, Mann! Achso, siehst du? Siehst du? Ey, die hat ein Bein verloren. Hey, mein Bein! Mein Arm! Aber wer ist denn sonst? Du musst mal anmachen. Nein, das Ding da. Jetzt bin ich gelebt. Drück ein Grades. Jetzt muss ich auch so Schmerzensgeld beantragen. Hör mal auf hier! Ich kann ja noch ein bisschen Chili sammeln. Du Keck, Alter! Ja! Los! Hüpf! Kann ich das nicht betätigen? Erstmal muss ich umbringen. Ich muss erst... Ha! Ich muss auch R drücken! Bist du ja vollständig. Aber meinst du, das hätt ihr was für gebracht? Einen Unterschied? Ja, klar. Ja, klar. Von der Schluck-Kern? Na klar. Na ja. Ansichtssache. Erstmal Leben. Ciao. Nein, nein, nein. Nein! Das bin Ruhe! Ich hab dich geself. Super. Jetzt erst mal aus Dings holen. Nein! Ich hab's verpasst. Ich bin einfach nur kacke. Stopp! Ui, gonna call! No one! Gibt das eigentlich Ghostbusters? Für Leben? Warum gibt's das nicht? Nee. Glaub nicht. Doch, das gibt's auch als Liebe der Menschen, glaube ich, ne? Liebe der Menschen. Sorry. Aber Liebe der Menschen kann sein. Meine Meinung kann es nicht sein. Nein! Nein! Y-Meese! Und hier haben wir ohnehin, ein wenig rot zien! Möglich, aber das war mal, wie sie man aber ausmacht hat! Sini, A доп. Ja, jetzt ist das. Ich werde jetzt salose! Cam儀 liebbar. Gott, ich habe wieder in einem Toplas ein. Ich denke, es sei schnell! Hier aufgehend, ich habe keine E combative. Et' 같' 6 год! Also, es die hoefte. Es gibt Koker. Und hier nich dich gut. Und hier, wo hat Navy werdet? Sogar, es ist kein improve. er hat Angst vor uns das ist Out of the Police Hallo ich will den hey Scheiße ist nicht Ciao Kakao Nein, bleib hier, Broin muss sowieso nicht sein das habe ich angewiesen ja, Leute, instant werde ich erschossen guck dir mal meine Shellys an, da wäre ja gar nichts gar nichts gar nicht so so, erstmal auf den Tisch ja, ich hab die zu verletzen hä? ausgeteilt was? was? wie kommst du da hoch? erstmal umbringen nee, hör auf wie im Kopf mach ich das aus lauf Forrest lauf da 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 wäre da irgendwie schon cool cool zu wissen ob wir jetzt Episode 4 oder so freischalten weil ich weiß nicht, ich würde persönlich lieber Episode 4 spielen als nochmal die Erste Level abgeschlossen, freispiel freigeschaltet CT 14 CT 14 TC 14 TC 14 und keine wahren Jedi sind wir auch nicht wir waren noch nie wahren Jedi die Macht ist halt nicht mit uns ne absolut nicht ich warte zum Beispiel immer noch auf meinen Hogwarts Brief das hat ja nichts mit der Macht zu tun, du Vogel trotzdem ich bin enttäuscht lad dich ne Handy-App runter und kannst du ach nee, dein Handy geht halt nicht damit hm 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 jetzt kommt ein fettes Raumschiff Bääbbääb, bääb, bäbeäääb, was? Gibt's ganz so dramatisch. Man weiß, was sich Winston überlegen muss. Das was ... zu dem Zeitraum TZ 15 Mö aber auf jeden Fall sich nicht wenn ihr das was die animatorischen schon alles gerissen haben da sind viele von beiden weit entfernt gewesen Hauptsache die Steine sind er lebt noch wer ist das denn Onkel Vader ich habe morgen oh ja ich hab seinen Namen vergessen Captain Achilles ich hab das wann habe ich dieses Level mal gespielt ich bin mir sogar noch nicht sicher das hast du nie gespielt im Story Modus das hast du immer im freien Spiel gespielt ja klar ja nein das ist auch nur Scheiß das haben wir auch mal man muss ja dazu sagen wir haben noch einen Bruder ja wir sind ja zu dritt Drei Drei nicht vier und ähm du musst auch umlegen ja ich bin ein bisschen zu blöd gerade du bist auch so und ähm erstmal Backpfeife geben Nein mich sehr lieb Timmer zum mal auch hier wir waren so die Kraft ausdrücken die sind Artikel ich werde ein Stimmen was er die Akkusativ Okay, reicht. Mein Power-Up. Gehts dir um, Mann, steh dir nicht im Weg. Du bist ja einfach am Gottmode. Guck mal, erst mal Backfall. Ey. Mein Geld. Meine Monoäden. Monoäden. Und. Toll. Nochmal. bei dir ist alles wesentlicher muss man gucken dass ich mir für die nächsten Parts mal noch einen Controller habe gesehen ey da ist ein blauer runtergefallen hey und da jumpen ne ne naja echt lustig ich kann das nicht, warum kann meiner keine Kopfnuss geben? was für ein Video PU 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 guzi AuF Knauton 4 ich mach mal ico meinten die kostet kommen zwei und mit kopfgeld jäger sind so geil in lego star wars er weiß nicht ich bin mal der heftigste hier ist er wir sind aus dem Haus und es hält er er hätte ich den sind 4.000 überraschend er bist du Oh, the fuck. Komm, den Blumen her. Komm her. Ich steh dir auch immer an meins Fenster. Aber dann hätte ich fast geschafft, den Heimrush. Und du Arsch. Mit mir. Kommst du mit? Du, vier Buchstaben. Ja. Hey, den brauch ich noch. Thomas, er war noch so jung. Thomas. Wasch los. Ey, jetzt würde ich das mal auf der anderen Seite. Nein. Fuck. Nein. Okay, Gott. Nein. Alter. Du musst von der einen Seite los rushen und go. Das war aber nur kacke, ne? Ja. Bringt's auf den Punkt. Ganz einfach. Okay, reicht. Go, Ninja. Yeah. Yeah. Ich bin Dings da. Achso, können wir erst mal schieben, ne? Shit. Chilis, wir sind fast wahre Jedi. Die lauf. Ey, meine Damen, keine Pistole. Aufschirm. Aufs Null. R2-D2. R2-D2. Ja. Nö. Friss die zu dir, Mann! Wecklaufen, go! Lecker. Nicht so lecker. Siehst du, sagt er doch. Oh, was ist der? Ha! Ich bleib bei Pistolen. Piu. Das war ja wohl das Geilste, wenn man mit dem Roboter in der Blatte. Oh. Wenn der alle die ganze Zeit abgefuckt wäre, wenn der R2-D2. Wusstest du schon von vornherein? Piu. Fuck, das wird nichts. Piu. Hallo. Nochmal. Ja. Hallo, wo sie packt? Die Brauche schon. Na, jetzt muss sie wechseln. Ähm, da sie sich eingekickert, ja? Safe. So, dann kommen wir, dann muss ich jetzt wieder runter. Ja. Mach du mal. Ja, ich mach mal. Äh, wem brauchen wir denn, Ziergabe, oder? Nein! Äh! Hier bin ich, huhu! Ja, 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 huhu! Nein! Yeah! Meine Hose und die Hose! Das ist der Hosenziel des Jahres. Thomas! Aber ich wurde runtergelassen. Hau! Stopp! Tschüss! Nein, nicht Tobias. Nicht Kevin. Nein, Tobias. Thomas ist ein Totruhenfrieden, Thomas. Absehend, ich bin C3. Wir müssen gleich sein. Matchkontakte. Ich habe das Spiel nicht zu oft gespielt. Ey, guck, man kann die Boxen. Die Filme zu oft gesehen. Fazit. Ich mag Moneten. Und die Fingergane, mach Lack. Genau. Und der Bass macht Musik. Den mach dich, mach ich kaputt. Voilà. Sag, voilà. Villa. Was war das? Unnötig Geld verloren. Konnte man nicht sogar mal Helme aufsetzen von dir? Nee, ne? Klar. Aber das ist sehr, sehr selten, dass sie die gelobt haben, oder? Nein, da war so ein Automat. Stimmt so ein Automat. Ja, so ein Filmaufsatzding. Auf. Nein, kommst du nie. Jo. Tschüss. Ciao. Verli. Ja, Mann. Es gibt Sachen, die wollte ich gar nicht sehen. Warte, nein, nein, es gibt noch Moneten. Ja, aber du musst ihn hier reinlassen, da ist Soundschalter. Du musst ihn hier rein, dann bist du auch schon. Ein Fehler. Das ist wieder einer. Schäßigemann hat mir noch am Gefällt. Fakt. Hauptsache, du hast den Motto, jo, wir schmeißen euch jetzt raus, verpisst euch. Na klar. Ja. Fazit. Ich bin dran. Ist auf mich angewiesen. Schlein, 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 schlein. Oh, fuck. Ha. Gotti. Ähm. Kommst du hier. Ich bin schon da. Nein, hör auf. Das ist voll der Geldverlust, Mann. Wieso, ich sammle diese auch wieder ein. Ja, trotzdem ist es voll der Geldverlust. Vor allem C3 und R2D2D2D2. Ciao. Hat ihr was gemacht? Aber ich kenne das Gefühl. Ich habe es auch mal gemacht. Oh, Jugo. Ciao. Haut rein, Brian. Hä, wieso sind wir gerade reingegangen? Das ist ein Lego-Spiel. Gefühlt so ein Mülleimer. Nicht schon mehr da. Captain Antilles, nein. Er war noch so jung. Vor allem, Junge, wie lange braucht ihr morgens, um ihre Haare zu machen? Bestimmt zehn Leute dafür. Ciao. Ja, wollte gerade sagen. Erst mal treten. Moin. Ja, die Jahre. Der, 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 der. Der, der, der. Der, der, der. Der, der. Ciao. Fuuu. Ist klar. Kommt der jetzt her? Was meinst du, wenn er doch eben zugewogen hat? Ja, stimmt. Prinzessin Leer. Yo. Captain Antilles. He's back. Fink genau. Guck mal, ein Rebellfreund. Damals hat es eben nur Rebell geheißt. Geheißt, wie hieß es? Hieß es nur Rebell. Hieß es. Wie sind diesmal? Ich hätte jetzt mit fünf Prozent gerechnet. Ich habe auch alles abgeschlossen. Guck mal, wie viele Anzahl von Münzen wir hatten. Kaum was. Wir hatten zwar mehr als die erste Runde, aber jetzt wollen wir scheiß. Ja, heutzutage musst du ja irgendwie 90.000 haben. Ja, gefühlt. Nee, nicht gefühlt, ist so. Damit du da voller Dings bist. Aber ich würde erst mal sagen, Leute, wir sind es im nächsten Mal wieder rein. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.